ARD Text im Auftrag von Funk Das sind wieder 3-Teams-Gräber im Normalfall Ja sowieso, aber ich hab ne Shot drin dabei, das geht schon Single Shot, 3 Teams sind drin Ja, sind wir im Süden Ja Geil, ich puste Sprenglanzen, Dude Hallo Da Da Mir ist gerade schon einer vorbei gelaufen Hatte Geld Keiner, oder? Ja, ich hab den mit der Sprenglanzen, den einen Aber ich glaub da noch einer, der ist hinter mir Leute, Tügi, dreht dich oben, hinter mir Der ist erwischt Hä? Ich hab den Alex erwischt, den Typen Upsi Ich hab den Scharmel erwischt, Alex Nein, ich hab den Tüge erwischt Okay, 2 sind down Da liegen 3 Was gar nicht ausschauen, Alter Nehmen wir 3 Sprenglanzen mit Hey, ich hab den mit dem Sable erwischt Hey, ich hab den mit dem Sable erwischt Und der ist nicht Riebgegangen Nullz Ich hab einen mit der Romero erwischt Das Ding ist gar nicht so geil So, 3 Sprenglanzen, oder? Das sind halt 3 Remarounds Mit 3 Sprenglanzen Ne, aber Gegner Ich hab den mit dem Sable 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 Hier ist er da Ich hab den mit dem Sable Ich bin Loser Ich hab den mit dem Sable Ach, ich hab den mit dem Sable Jetzt kommen uns mal Wir shimmune Wir klingen Es wird Er ist von Es wird Ich halte Wir sind Wir sind Wir sind Aber ich komme dumm in die Tür Wo bist du da, in die Leiter? Also ungefähr in die Tür Alternativ kannst du da die Schräge rum Das ist schon die Dirne, oder? Ich glaube das geht sogar, der Ritz Ja Ich fahre wahrscheinlich direkt hier, ob ich mich aufstehe Ich glaube nicht Eine ist da, da sind die Teile Ein kittert Oder ist noch eine andere Funktion? Eine ist da, glaube ich Eine ist hinter mir Witter, Automat Wie war eine? Automat Wo ist die? Kurz vor kurz, wo ist die? Bei mir Hat mich, glaube ich, mein Messer gettet Keine Munition mit seinem Auto Und ich habe, glaube ich, nie Hat die Hat die Oh ja, ich habe einen guten Schotter, der Automat ist sicher Hm Oh, eine Munition halt Aber da, da, der Automat Wo ist die denn? Ohohohoho Kannst du schnell lieber ein Automat aufheben Null Schuss Null Schuss Das machen wir erst später Das nehmen wir erst später mit Es war doch klar, dass wir null Schuss drin sein werden Ja, der Secondärer, der Team mit Braucht du eine schwache Gegendgiftspritze? Da ist ein Heal nicht mehr, ich Jungs Der Haar hat halt einfach hier mit den Hohenballen, da hat er doch einen Skill für die Romero Hedgehammer Drei Schuss habe ich schon, das ist ja sechs Schuss, hab ich noch nicht nachgeladen Acht Schuss? Uh, sieht immer besser Okay, auch da drüben waren dann halt auch Schüsse, mir kommt tatsächlich vor da waren auch Schüsse Einer ist jetzt direkt bei Daryl an der Ecke Ja okay, aber da muss ich ja durch, ich gehe davon aus, dass die Leute sind oder so Hab ja gesagt, da waren Schüsse vorhin Er schießt sie mich, ja? Ich hab mich erwischt Was? Jungs 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 Ich hau auf und rauf Jungs 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 Er schmeißt was Das andere neben mir Was? Das war mein Wo ist denn noch? Was? Ja moin Was war denn das für eine Babos Die haben alles richtig random gespielt Schau mal, bist du da? Schau mal, der Lifehack Das ist mega Lifehack Willst du da auch wie viele? Ich hab schon vorher gesehen was du gemacht hast Den kleinen Tumbo da hinstellen Schau da muss den Bimbo so rumherspielen Jaaaa Das ist halt echt ein Lifehack So, das ist gleich Wir sind verbannen Es ist rot, es ist rot Jungs Ich hab die dümmste Position ever Boop, boop Schau mal hin Mein Fassbabe ist losgegangen, es ist ein Riff г н Das ist aber Das ist aber Ja Der ist hinter mir! Der rätzt den Arsch wie die Leute. Boah, wie kumke, oder? Rätzt den Arsch. Arsch! Arsch ins eine Schatz direkt. One Tag. Halt dir, Alter. Fuck. Arsch, wenn du da rechts und dann gehst du. Und die zwei einen schweizer. So, kann ich nicht irgendwie einigen? Ich glaube, es ist ein fettiges Feld offen. Na doch mal. Mach die Tür auf und hau ein Stauholtorn. Na doch mal. Und der links kommt da nicht. Kulik, kulik, kulik. Arrr! Arrr! Was ist denn da oben, bei mir, wo der ich gegen bin, wo der Franz liegt? Was war das? Es war gerade zwei Teams. Echt? Ich weiß noch, ob ich jetzt bin. Ich habe ihn immer sicher. Hey, Alter. Ich nehme jetzt mal Trophy und in den Kreis schauen, Jungs. Ich glaub ich hab das Ich glaub ich hab das Boi Sieben waren das Sieben Was? Ich hab 2 What the heck, Alter Die 3 Bye Bye